Alexander Schnischscholl, an seine persönliche Bestleistung wird er nicht herankommen. Naja, zumindest wird er im zweiten Durchgang sein, Alexander Schnischscholl. Jetzt wird es langsam ein bisschen besser von den Verhältnissen, also der Aufwind nimmt etwas mehr zu. Auch er war vorhin ein 200er Mann, aber ich habe das gestern gesagt, das können wir uns abschminken, diese Auflistung, wer wird in den Club der 200 Meter Flieger aufgenommen. Das ist schon eine Massenversammlung, das zählt nicht mehr, da muss man die Rechnung anders aufmachen.